In einer Welt, in der wir immer mehr Daten haben, kommt es immer wesentlicher darauf an, dass man den Überblick behält. Und dafür braucht man die technologischen Hilfsmittel, die wir haben, um Daten zu strukturieren oder Daten anzeigen zu können. Die Jano Hochschule ist aufgrund ihres Forschungsschwerpunkts mit sämtlicher Technik im Bereich des Bauwesens ausgestattet, zu der du als Studierender dann auch Zugang hast.